... Applaus 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 Die Räder erreicht der Eingang mit 26,125 Punkte. Rang 2 und damit Gewinner der Sillomedaille geht an Aslan Hüden von der Eidnacht aus Frankfurt. Ein Räder für die Räder für die Räder für die Räder. Rang 3 und damit Gewinner der Bronzene Medaille geht nach Cottbus an Beerenhannes Frey. Die Vorsitzende des Technischen Kommittan Gretons Frau Katja Singer. Die Urkunden werden vom Kampfrichterchef Uwe Reichert überreicht. Hinzu erhalten die Plätze 1 bis 3 einer Premier-Test-Rollflug aus Deutschland überreicht von Andreas Götze, der Präsidiumsmitglied. Der Rang 4 geht an Michael Stolz mit 117,625 Punkte. Der Rang 5 erreichte vom SV Halle Moritz Brücker mit 1,15,825 Punkte. Der Rang 6 erreichte von der KT von Kärnitz Lukas Buschmann mit 1,15,5 Punkte. Hinzu kommt, dass der erstplatzierte eine Eintrittskarte für die deutschen Währermeisterschaften in Leipzig am letzten September-Wochenende erhält. Dieses Projekt nennt sich Wir schaffen Bindung vom Nachwuchs zur Spitze. Jeder Teil der Mann bekommt unter dem eine Spezialität aus Sala überreicht vom Ausrichter des Landeskonformagels. Das sind die Weltkrankten haben auch vorgelegt. Wie haben Sie die Weltkrankten? Das sind die Weltkrankten. Eine Information für die Siegerrunde und der Plätze 7 bis zum Schluss sind nach der Siegerehrung in der Wettbewerbung abzuhalten. Wir möchten ganz gerne noch die Gerätefinals direkt vorlesen, damit jeder darüber weiß, an welchem Gerät er morgen das Finale bestreiten darf. Genau. In der Zwischenzeit können die Platzierten ihre Fotos schieben. Gerätfinale Boden. Es ist immer von der höchsten Wettbewerbung bis Platz 8 sortiert. Moritz Brücker, Aslan Ühn, Timo Ehler, Malte Weisel, Daniel, Leon Hans Frey, Michael Stolz, Daniel, Uzi, Schiedelsen. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.